In seinem Song hängen The Bankers, rappt der Offenbacher Rapper Haftbefehl, Rutscheltheorie, konsumier solange dein Atem hält, überlass ihnen das Denken und Chub sei still. Wir sind gef***t, unsere Kinder vergiftet, alles hat ein Ende, auch diese Welt, während ich dichte, kreisen die Chemtrails. Und Rutscheltheorie, mann, ich kenn da ein paar Codes, verballer die Black Notes, blutiger Jackpot, es steht kein Prosecco, sie leiten, sie lenken, die Taxis, die Leute, die Schuften für Baris, der Elu, der h***ten Sohn, kommt und verpackt ist, der nimmt sich dann alles, ich hindere sein Ziel, f*** USA hält mein Ghetto stabil. Wer viel Zeit im Internet und in den sozialen Medien verbringt, hat vielleicht schon den Namen Rutscheld und die damit verbundenen Theorien gehört. Aber was verbindet einen Rapper wie Haftbefehl mit einem vor knapp 300 Jahren gegründeten jüdischen Familienunternehmen? Zunächst nicht viel, außer, dass der Gründer Mayer Amschelrot Schild, wie Haftbefehl selber, im damaligen Ghetto der Nachbarstadt Frankfurt am Main aufwuchs. Eben dort gründete er ein bis heute existierendes Handels- und Finanzunternehmen und versuchte unter anderem, seinen gesellschaftlichen Erfolg zu nutzen, um die Gleichstellung der Juden voranzutreiben. Aber wie kam es dazu, dass der Name einer jüdischen Familie heute in einer Reihe mit Theorien über Chemtrails, Hohlerde und Reptiloiden steht? Um das zu erklären, müssen wir einen kleinen Ausflug in die Geschichte machen. Bereits im Mittelalter etablierten sich antijüdische Bilder, die eine Verbindung zwischen Juden und Geld knüpften. Aber warum? Hm, weil die Juden nur als Kaufleute oder Geldhändler tätig sein konnten, da ihnen Landbesitz und handwerkliche Tätigkeiten verboten waren. Also waren die Juden gezwungen, mit Geld zu arbeiten, weil sie auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert wurden. Da Handel und Finanzwirtschaft im Laufe der Neuzeit an Bedeutung gewannen, profitierten auch einige der in diesem Bereich tätigen Juden. Das galt jedoch nicht für die Mehrheit der Juden, die noch zur gleichen Zeit die Städte, in denen sie lebten, häufig verlassen mussten, da sie die gesetzlich vorgeschriebenen Steuern nicht zahlen konnten. Trotz des finanziellen Erfolgs einiger weniger waren die Juden jedoch stets den politischen Herrschern ausgeliefert. Dies zeigt zum Beispiel die Geschichte von Josef Süß-Oppenheimer. Der modernisierte im 18. Jahrhundert die Staatsfinanzen des Königreich Württemberg im Auftrag des Fürsten und wurde nach dessen Tod von seinen politischen Feinden verleumdet, verurteilt und hingerichtet. Das Aufkommen des Kapitalismus erzeugte bei vielen das Gefühl, dass überlieferte Ordnungen und Herrschaftsverhältnisse in Zwanken gerieten. Was einige gut fanden, wurde von vielen aber als verunsichernd und bedrohlich wahrgenommen. Neue Formen sozialer Ungleichheit und wirtschaftlicher Krisen zogen immer weitere Kreise. Suchte man nach einem Schuldigen für aufkommende Missstände, war der Verweis auf die Juden naheliegend als auch ungefährlich. Macht, Geld, Juden. Diese Verbindung hatte man schon über Jahrhunderte gesponnen und so glaubte man nun an eine angebliche jüdische Elite als Urheber aller mit dem Kapitalismus identifizierten Übel. Nach der Shoah war offener Hass gegen Juden in Europa ein Tabu. Und so fingen Rechtsextreme und andere Antisemiten damit an, Codewörter für die angebliche Verschwörung der Juden zu finden. Und so wurde der Name Rothschild zu einem international verbreiteten Code für die Verschwörungstheorien, die bewusst oder unbewusst Juden mit der Kontrolle von Finanzen und Kapitalismus identifizierten. Deswegen findet man diesen Namen in Songtexten, YouTube-Videos und Internetplattformen und manchmal auch auf Weinetiketten. Doch das ist eine andere Geschichte.